Mh, fand ich auch noch echt in so kacke Stacheln auch noch rein, ey. Ja, dankeschön. Hau ab! Uah! Boah, Alter. Was soll man so dieses, dieses Nachfaden? Äh, nachdem man nicht so nah an die Stacheln, Alter. Alter, jetzt, aber der ein Stück tiefer. Das hab ich auch grad kurz gelebt. Ich hab grad einfach nicht mehr geschossen. Gut, ne? Schau mit halt drauf. Ja, ja, ja. Ah, ist schon wieder dieser Kackstein. Ich, 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 geht kaputt, echt. Ja, das ist aber auch ein fetter Sprite, ne? Ja, so eine dicke Hitbox ist unglaublich. Das ist gar nicht schön. Das ist wichtig. Auch mal bitte. Nein! Alter, ist es, als ist alles grad so schlecht, ne? Alter, einfach mal eine solide Leistung. Danke. So, jetzt möcht' ich mich hier bitte einmal nicht, bitte, nicht, nicht treffen lassen, okay? Kriegen wir's hin? Weiß noch nicht so genau, ob ich die Braten trau soll. So, ab. Ja, 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 ja. So, ab. Ja, 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 ja. Okay. Ja, guck mal, da war doch geil. Scheiß auf den da unten, Mann. So, jetzt nicht verrecken. Okay, kriegen wir jetzt hin. Ist jetzt schon die Käfer-Dings hier? Noch nicht, okay. Ach stimmt, da hab ich ja sogar auch noch einen übersehen gehabt. Richtig. Also wirklich, die Pumpseite hier zu nehmen ist echt nicht schwer. Ich mach mir meistens nur zu viel Stress. Also ich möchte dann immer direkt alles holen. Das hab ich da unten eigentlich noch mal übersehen gehabt. Alles cool. Ich will mich jetzt nicht töten. Ich würde mir jetzt auch nicht dafür Sorge tragen, dass ich es jetzt nicht schaffe. Ah, da lass. Ach. So. Die schnellen Vögler muss man hier noch ein bisschen aufpassen. Und die Basten holen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es sieht jetzt schon ordentlich besser aus als, äh, letztes Mal. Ich hab schon mal die 20 Stück da bekommen, aber wie viele auch immer das dann waren. So, vielleicht geht es wieder runter. Oh. Ich treffe irgendwas vielleicht. Hoffentlich. Hallo. Wie geht es dir? Ich will das gequietschen schön. Oh, was? Da gab es jetzt keine, keine, äh. Ihr habt gesagt, wie die heißen. Ja. Blooms für, blooms. Oh, das klappt. So, ich würde das herzlichen sehr, sehr gerne behalten. Es gibt noch ein paar. Da zum Beispiel, ne? Wäre schön. Würde mich freuen. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Jetzt haben wir es auch wirklich geschafft. Jetzt nur das herz behalten. Und dann bin ich happy. Ah, da war noch ein Flinzchen, ne? Vielleicht auch noch mal was rauszaubern können. Uah. War 50, war es nicht mehr, ne? Ich frage mich. So. Ach, es geht nochmal raus. Okay. Ist doch schon recht lang, ey. Wirklich. Ah, 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 ah. Oh, hier weg. Ja. Ich hätte gerne den Käfig einfach abgeschossen. So. Schön. Geht doch, mein Gott. War doch nicht so schwer. Äh, ähm. Ja. Prost. Kaffee. Ja, ja. Oh, Mann. War das nicht überspringen. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Oder ich habe es wirklich einfach nicht gefunden. Tastatur. Äh, Tastenkombination. Entschuldigung. R macht nix. L macht nix. R auch nicht. Steuerkreuz. Nix. Nö. R3L reib ich noch nicht ausprobiert, tatsächlich. Nee. Und die doofguckende Medaille ist unsere. Wie schön. Ja, geil. Haben wir jetzt in allen vier Welten erstmal, also die viele Welten, die wir natürlich bisher kennen, äh, haben wir alles geholt. Ne, bisher. Zeitschallenges, äh, Medaillen. Ja gut, natürlich auch alle versteckten, von den versteckten Lumps. So. Fünfte Welt. Geheimnisvoller Gipfel. Auf, auf. Oh, ich will nur kein Schnee oder Eis oder sowas haben. Da hätt ich jetzt keinen Bock drauf. Barfuß zu Berge. Und wir haben noch Energie, das ist gut, ne? Wegen den fünf, die wir dann vielleicht dann direkt auch nochmal bekommen werden. Es ist Schnee. Ah, ich muss... Ah, ich will nur nix, also auch nix selbst scrollendes, bitte, ne? Das wär doof. Nee, will ich nicht. Also sieht das erstmal... Okay. Okay. Okay, alles gut. Da sag ich natürlich nicht nein. Es ist so dumm. Äh, ich krieg's nicht hin. Scheiß. Ah, ein übersehen. So, leck mich. So. Hallo. Zack. Zack. Das ist mir nicht relativ egal. Hallo. Nein! Darf ich mich töten einmal bitte? Dankeschön. Ja, also ihr habt mir auch, äh, ich sag mal den Tipp gegeben. So von wegen, hör mal Dennis, du kannst dich auch viel, viel besser schlagen. Das ist viel, viel effektiver. Ja, ist richtig. Aber ich denk dann immer, okay, weil genau so was... Weil ich will ja schon gerne dann auch möglichst viel haben. Ich hab schon wieder verpackt. Egal. Wie gesagt, in einem... Ich hab jetzt nicht so große Sorgen. So. So. Uah, je, 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 je. Nein! 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 Was man nicht alles für einen so'n Loom tut, ne? Oder Loom. Bis zum Ende des Let's Plays werde ich die Dinger auf jeden Fall immer falsch aussprechen. Ha! Okay, das muss ein guter Versuch jetzt werden. Ich hab's alle erwischt, ausnahmsweise, Mann. Ja, je, je, je. So, so. Ich heils im Kopf nicht aus. Das ist unfassbar. Warum rutschen denn dazwischen, Affenpenner? Echt. Oder anders versucht. Komm, ich muss auch mal ein bisschen was können, langsam, ne, im Spiel. Ich hab ja immer schon ein paar Spielstunden, hab ich schon auf dem Buhl. Das heißt, ich werde jetzt auch gleich einfach zur Seite wegkicken. In der Hoffnung, dass ich heils nicht. Okay, das ist doch dumm. Also, das ist von mir auf jeden Fall dumm. Geht schon gut los hier auf jeden Fall, ne? Interessant auf jeden Fall. So, dann kann ich lieber den hier machen. Alter! Oh, hast du wirklich da nicht reingerutscht? Heiliger Gönner. Ja. 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 Uah, lalala. Wo ist jetzt genau der Käfig? Ach, da unten, guck mal. Piu! Nice. Schön, schön. Schön, schön. So muss es sein. Ja, Level fast schon geschafft, ne? Wir haben schon 16, immerhin. Aber 16, das ist schon nicht wenig. Ob ich die jetzt nicht gehabt hätte? Äh, darf ich dir vertrauen? Ich bin noch nicht so ganz schlussig, um ehrlich zu sein. Was ist das für ein... Ist das jetzt auch so ein puten Level? Hey! Stopp. Ja, ich mach mich lieber tot. Weil es war auch nicht so, wie ich mir es jetzt gedacht hab. Okay. Ho. Ho. Ja. 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 Ja, auch das... Es ist so schlecht, ne? Es ist so schlecht. Ui. Ui. Okay, das wäre mein Tod gewesen. Auf jeden Fall. Ist egal. Ja, wobei, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss noch mal was checken. Okay. Da ist doch nur der Tod. Das wird erstmal schön die... Wurzel oder was auch immer sein soll spawnen. So, so... Uah, lalalala. Dankeschön. So. Perfekt. Und aliop. Das bleibt so, wie es ist, ne? War vielleicht auch ein bisschen dumm von mir. Ja. Kann sein. So, so, so. Nein! Nimm das Pacing doch nicht, du Affe! Was? Was? Was traf mich jetzt hier, bitteschön? Ne. Seh ich nicht. Seh ich nicht. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, eigentlich ist das scheißegal, ob ich mich da einmal trifft. Ich wusste dann zwar ein paar Punkte, aber ist dann halt so... Well. Es ist so schlecht. Ohne Witz. Was? Nein, nein, nein. Vielleicht wird das heute kurz aufgenommen, weil irgendwie läuft hier heute mal so gar nichts, ne? Also ich hab... Ich guck gleich mal, wie lange ich aufgenommen hab. Ui, wie ich geschafft hab in der Zeit. Dankeschön. Dann muss ich das nochmal... Vielen herzlichen Dank. So, und hier müssen wir eigentlich nur einmal... Nicht! Ich bin ein Spacken! Oh, warum... Warum... Warum schlage ich denn? Wie doof bin ich denn, bitteschön? Okay, äh... 28 Minuten nochmal aufgenommen. Ich hab bisher das Brückenlevel geschafft. Äh... Das Moskitolevel. Ja, ja. Und hier immerhin... Ein Käfig. Geholt. Ziemlich genau der... Fortschritt, den wir hier bisher heute haben. Nach 28... Gottverdammt... Das ist echt nicht viel. Okay, okay, okay. Machen wir mal. Schön. Flup. Flup. Ja, guck mal. War das denn so schwer? Himmel, Arsch und Zwirn. Danke schön. Jut. Okay, erster... Äh... Screening wäre dann jetzt schon mal... Schon mal. Ne? Überstanden. Ach, guck mal, die nächste. Hi. Es geht. Ich will raus! Oh nein, keine Jagd. Entschuldigung. Ui! Okay, was ist das für ne... Nein! Guck! Was das für ne Fähigkeit wird, ist wohl klar. Wir können klettern. Schön. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Guck mal, das kann ich überspringen. Das ist so dumm, ne? Weil je... Also je mehr ich kann theoretisch, ne? Umso höher ist auch die... Ich krieg... Das kotzt nicht. Wieso treff ich das Ding denn nicht? Äh, okay, okay, okay. Ich muss einfach schnell sein. Ich muss extrem schnell sein. Ja, Hilfe, bla, 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 bla. Ne, umso mehr Möglichkeiten gibt's dann natürlich auch überall, wo man dann in Leveln vielleicht was finden kann und sowas. Okay. Soll ich denn da? Soll ich denn dann drankommen? Na klar, ich will die 25 Punkte natürlich haben. Zack. Zack, 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 zack. Ha! Nein! Nein, ich bin ja dringend gefangen. So ne Scheiße. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Das ist doch schon mal viel wert. Ich mag auch irgendwas, wie unser Herz aussieht, ne? Was ist gut auch so doof. Marco, du doof guck mir Sachen. Ja, ja, ja. Nicht sterben, denn es nicht sterben. Ach, nice. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt gerade lang geflogen bin. Aber es ist ja erstmal nicht so schalim. Ha! Ha! Ja, ja, ja. Nein! Lass mich bloß in Ruhe, Alter! Brr, brr, brr. Alter! Ah! Ah, ja, 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 ja. Halt! Alter, äh, äh. Mach das bloß nicht zu, das Ding. Ah, ja, ja. Äh, äh. Brr. Ja, ja. Ja. Es geht immer noch weiter. Ich halt's nicht aus. Das kann doch nicht wahr sein. Du Penner! Alter! Kraft zum Mauerlaufen! Der Berg ruft. Immerhin freut's dich für uns. Hab zwar meine Energie verloren, aber ist egal. Ist egal. Zwei! Halt die R2 gedrückt, um Wände hochzulaufen, okay? Ah, okay. Das ist natürlich nice. Achso, das habt ihr übrigens geschrieben. Hör mal, ich bin gespannt, wie lange du brauchst, ne? Bist du den R2-Knopf gar nicht mehr loslässt. Und ja, ist das soweit. Lass ich mal so ein bisschen mehr langsachen. Oh, gut. Perfetto! Äh! Was macht ihr denn hier? Muss ich euch helfen, retten? Gebt ihr mir was? Bist du bumm von mir? Ich befreie euch! Gebt ihr mir was? What the fuck? Was passiert hier? Ich bin echt gut. Schön. Okay. Ah, guck mal, die können's aber auch. Nice. Aber stopp, 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 stopp. Ich möchte erst mal, wenn ich oben bin. Was? Warum? Hallo? Ich fand, das war voll die gute Idee eigentlich. So ein bisschen Mega Man X da. Da gab's ja auch irgendwie so ein Versteck, glaube ich, dass man auch irgendwie komplett durchs Level eiern muss. Um dann irgendwie so ein Herzteil zu bekommen. War das nicht irgendwie so? Ich hab Mega Man X nie gespielt, tatsächlich. Es ist unfassbar. Ja, da ist offensichtlich auf jeden Fall dann doch nichts. Äh. Äh? Okay. Muss ich jetzt einfach nachmachen? Ja, ne? Ja. Äh. Vielen Dank.